Ja hallo, es geht wieder um die Partialbruchzerlegung und dort um die Grenzwertmethode und wir wissen ja schon bereits wie die Grenzwertmethode funktioniert, wenn man einfache Nullstellen hat, aber wenn man mehrfache Nullstellen hat, so wie hier, da habe ich eine dreifache Nullstelle, dann ist diese Grenzwertmethode nicht so einfach durchzuführen. Dann muss man zusätzliche Tricks anwenden und der einfachste, der mir am besten gefällt, ist der Differenziertrick, den will ich also in diesem Video erklären. Gut, der Differenziertrick, der besteht aus drei Schritten. Der erste ist mit dem Hauptnenner multiplizieren, dann alle Ableitungen bilden und dann alle Grenzwerte bilden. Fangen wir mit dem ersten Schritt an. Wir müssen also mit dem Hauptnenner multiplizieren, also mit diesem Nenner hier. Ich schreibe mal dahinter, was ich mache. Ich multipliziere beide Seiten der Gleichung mit x minus 1 hoch 3. Dann bleibt hier übrig x². Und wenn ich diesen Bruch hier mit diesem Term multipliziere, bleibt übrig a mal x minus 1². Und wenn ich diesen Term hier mit diesem Bruch multipliziere, bleibt übrig b mal x minus 1. Und wenn ich diesen Bruch hier mit diesem Term multipliziere, bleibt übrig c. Gut, damit ist der erste Schritt hier schon fertig. Ich mache da mal einen Haken hin. Und wir kommen zum zweiten Schritt. Wir müssen jetzt alle Ableitungen bilden. Also das heißt, wenn ich hier die dritte Potenz habe, muss ich zwei Ableitungen bilden. Und hätte ich hier die hundertste Potenz, dann müsste ich 99 Ableitungen bilden. Gut, also bilden wir mal die Ableitung. Ich schreibe mal dabei, was wir hier machen. Ich bilde auf beiden Seiten d nach dx. Ich leite beide Seiten nach x ab. Das schreibt man so. Dann erhalte ich hier nach der Potenzregel 2x. So, und jetzt geht es los. Jetzt muss ich also hier diese drei Summanden nach x ableiten. Fangen wir mal hier an. Hier haben wir also einen konstanten Koeffizienten und ein konstanter Koeffizient, das wissen wir, bleibt beim Ableiten erhalten. So, da müssen wir noch x minus 1 Quadrat ableiten. Und wie machen wir das? Nach der Kettenregel. Die Kettenregel sagt, wenn ich eine verkettete Funktion habe, also eine äußere Funktion und eine innere Funktion und ich will die ableiten, dann mache ich das folgendermaßen. Ich leite nur die äußere Funktion ab, nehme als Argument die innere Funktion, also die bleibt erhalten und multipliziere das Ganze mit der Ableitung der inneren Funktion. Wenn ich das hier anwende, diese Kettenregel, dann muss ich also die äußere Funktion ableiten. Das ist hier die Quadratfunktion. Also kann ich hier hinschreiben, schon mal eine 2, denn diese Potenz kommt hier vor. Da muss ich als Argument die innere Funktion beibehalten, also x minus 1. Und das Ganze multiplizieren mit der Ableitung der inneren Funktion, also mit der Ableitung hiervon. Ja, die Ableitung von x minus 1 ist 1 und die kann ich auch weglassen. Ja, gut und dann habe ich schon die Lösung gefunden. Die Ableitung hiervon ist 2 mal x minus 1. Also wir sehen schon, das Ableiten von Linearfaktoren ist ganz einfach, weil nämlich der zweite Faktor immer zu 1 wird. Gut. Gut, dann gehen wir hier zum nächsten Summanden, zu diesen hier. Da wird wieder ein konstanter Koeffizient beim Ableiten übernommen. Wenn ich x minus 1 ableite, erhalte ich 1. x abgeleitet ergibt 1 und 1 abgeleitet, wenn ich nur Konstante ableite, wird die zu 0. Ja, und der dritte Term fällt ganz weg, denn wie gesagt, eine Konstante fällt beim Ableiten ja weg. Gut, das ganze Spiel geht weiter. Ich leite wieder ab. So, 2x abgeleitet ergibt 2. Und hier habe ich wieder einen konstanten Koeffizienten und der wird ja beim Ableiten übernommen. Ich muss nur das ableiten und das fällt wieder beim Ableiten weg. Genauer gesagt, das wird zu 1. x abgeleitet ergibt 1 und eine Konstante fällt weg. Also habe ich hier eine 1 stehen, aber die muss ich ja nicht hinschreiben. Gut, und das b fällt ganz weg, denn eine Konstante fällt ja beim Ableiten weg, habe ich ja gerade schon mehrfach erzählt. So, jetzt sind wir also auch hier mit Schritt 2 fertig und wir kommen zum letzten Schritt. Jetzt können wir die ganzen Grenzwerte bilden. Dazu mache ich folgendes. Ich wische das mal eben hier weg. Da hatte ich ja nur hinter geschrieben, was wir immer gemacht haben. Das brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Und jetzt bilde ich also die Grenzwerte. Einmal hier, einmal hier und einmal hier. Und ja, welche Grenzwerte muss ich da bilden? Dann nehme ich den Grenzwert, der diesen Linearfaktor hier zu 0 macht. Oder hier sehe ich das auch. Das ist die Zahl 1. Das heißt, ich setze überall die Zahl 1 ein. Dann habe ich hier 1². Das ergibt 1. Und hier erhalte ich 0. Also fällt dieser ganze Term weg. Hier erhalte ich auch 0, wenn ich die 1 für x einsetze. Dann fällt das auch weg. Und da bleibt nur übrig c. Und ich sehe, mein c ist gleich 1. Das gleiche mache ich hier. Wieder die 1 einsetzen. Und dann fällt dieser gesamte Term weg. Dieser hier. Denn wenn ich hier die 1 einsetze, habe ich hier nur 0. Und dadurch wird dieses ganze Produkt zu 0. Und wenn ich hier die 1 einsetze, habe ich 2 mal 1. Das ist 2. Dieser Term fällt, wie gesagt, weg. Und hier bleibt nur das b übrig. Dann habe ich also die Lösung b gleich 2. Gut. Und beim letzten, bei der letzten Gleichung, da brauche ich gar keinen Grenzwert mehr bilden. Da muss ich nur die 2 rüberbringen. Dann weiß ich, a ist gleich 1. Also a ist gleich 1. Ja, und das ist auch schon die Lösung. Ihr seht, das geht ganz schnell. Mein a kann ich jetzt hier eintragen. a ist gleich 1. Mein b. b ist gleich 2. Und mein c ist wieder gleich 1. Ja, zum Abschluss des Videos noch 2 Anmerkungen. Wir haben ja hier Schritt 2 und Schritt 3 hintereinander ausgeführt. Das heißt, wir haben erstmal hier die Ableitung gebildet. Und dann haben wir die Grenzwerte berechnet. Schritt 2 und Schritt 3 haben wir hintereinander durchgeführt. Man kann aber Schritt 2 und 3 auch verschachtelt durchführen. Das heißt, man kann hier erstmal den Grenzwert bestimmen. Dann die nächste Ableitung. Dann den nächsten Grenzwert und dann wieder die nächste Ableitung. Also man muss sich hier nicht starr an diese Reihenfolge halten, sondern ist da ziemlich frei. Ja, die zweite Anmerkung betrifft den Anwendungsbereich. Wir haben ja hier nur eine einzelne mehrfache Nullstelle. Also wir haben da stehen x² durch x-1 hoch 3. Das ist eine einzelne mehrfache Nullstelle. Wenn da jetzt aber zu dieser einzelnen mehrfachen Nullstelle noch weitere Nullstellen hinzukommen, wie zum Beispiel x-5, wenn da noch weitere Linearfaktoren hinzukommen, dann kann ich dieses Verfahren nicht mehr so einfach durchführen, weil dann müsste ich hier Produkte differenzieren. Das geht zwar auch, ist allerdings kompliziert. Also theoretisch geht es, praktisch ist es schwierig. Da würde ich dann lieber andere Tricks hier benutzen, aber die zeige ich dann in späteren Videos. Ja, hier sind wir erstmal am Ende. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen. Ja, hier sind wir noch am Ende.